Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass wir die nächsten 35 Minuten Ihr Gast sein dürfen. Wir haben wie immer 35 Minuten hoffentlich gelungene Unterhaltung verbunden mit Interviews vorbereitet. Und auch zu Beginn dieser Sendung wollen wir als erstes das Puzzle vom letzten Sonnabend verraten. Wir haben Sie gefragt, wer ist das? Er sitzt heute Abend hier. Arkt zerschnitten noch, doch nun fügt sich Stück auf Stück zusammen zu einem Ganzen. Es ist Roy Bleck. Und gewonnen den heutigen Preis, ein Kofferradio mit einem Rekorder, hat Andrea Weber. Herzlich willkommen bei uns, Fräulein Weber, muss ich sagen. Wie war es denn? War es schwierig? Ach, es ging. Also einigermaßen. Beim ersten Mal gleich geklappt oder nachher zum Schluss? Nachher. Wie hast du es denn gemacht? So ein bisschen geformelt oder was? Mehr nach Mundgang? Ja, nach Mundgang. Ach, guck mal. Haben Sie denn nun mal, Sie haben ja selten Gelegenheit, wahrscheinlich einen Star an Ihrer Seite zu haben. Haben Sie denn vielleicht eine Frage mal an Roy Bleck? Ja, ich hatte ihn gerne gefragt, wann er wieder eine Langspielplatte macht. Uh, heuer mache ich gleich ein paar. Eine Weihnachtslp und natürlich auch eine Schlagehilfe. Roy, wir haben nachgerechnet, es ist tatsächlich schon zweieinhalb Jahre hier. Zwei Jahre, viel zu lang für deine Fans. Wissen wir, dass du bei uns warst? Du bist heute bei uns Gast in der Schaubrude und morgen bleibst du in Hamburg. Warum? Ja, ich freue mich. Ich bin morgen auf der Trabrennbahn, hier bei euch. Ja. Und da wird ein Pferd starten, das nun einen Bezug zu mir hat und zwar bei... Im Roy Bleckrennen. Ja, ja, genau, im Roy Bleckrennen. Es gehört mein Manager und das ist interessant. Es ist also ein ganz, ganz großer Favorit. Wir drücken dir die Hufe. Gut. Roy, ganz kurz noch, du machst in der nächsten Woche eine Tournee durch Österreich und dann dürfen sich, glaube ich, unsere Zuschauer in der DDR freuen auf dich, ja? Richtig. Ich bin im März, die ganze erste Hälfte des Märzes bin ich in der DDR. Prima. Und nun, glaube ich, sollten wir gleich fragen, mitten rein in unser nächstes Puzzle. Ganz genau. Und dann fragen Sie, wir fragen und Sie raten, wer ist dieses? Ein Sinneschluss, liebe Zuschauer, ist wieder der 24. Februar, immer darauf kommende Dienstag an Schaubudenrate, Spiel 2000 Hamburg, 777. Und wer es so schnell noch nicht geschafft hat, dieses Puzzle zusammenzufügen, der hat wie immer, ja, am Schluss der Sendung noch einmal Gelegenheit. Und wir machen jetzt die erste Musik. Premiere und hier kommt Roy Bleck und... Applaus 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 Applaus